So, ein herzliches Willkommen zurück zu meinem Decent 3 Let's Play Und ja, wir sind immer noch in dieser Piku Station Und mir wurde mitgeteilt, dass Gun Boy tatsächlich wohl so eine Mine ersetzen soll Ja, irgendwie so Äh, ja, wo haben wir jetzt überhaupt stehen geblieben? Ich hab schon wieder gar keine Ahnung mehr Das ist... ja, wir hatten ja ein Kloakengerät Hm, ja Okay, ich bin jetzt völlig verwehrt Ich hab überhaupt keinen Plan mehr, wo ich stehen geblieben bin Aber so null Boah, überhaupt keine Ahnung mehr Das war doch gar nicht so lang her jetzt Ah, hier war das Secret Genau, hier war das Secret Und wo muss ich jetzt hin? Ach, ich nehme das jetzt einfach mal mit Müssen wir hier weiter zufällig? Wenn ich das doch wüsste Da ist ein Gegner liegen Oh, was zur Hölle? Ja, naja Sonderlich gut genutzt habe ich das jetzt aber auch nicht Ich hab damit einen Gegner getötet, der mich auch noch zusätzlich nebenbei getroffen hatte Das nennt man Effizienz Hier ist ein Energy Center, auch cool Oh, ja Kann man schon im Kreis fliegen auf alle Fälle Ah, wo ist denn das Gegnerli jetzt? Das traut sich schon wieder nicht Ach, nicht sowas schon Da ist das Gegnerli Da ist das Gegnerli Naja, aber ein anderes Gegnerli Das war nicht das Gegnerli Was ich meinte Na komm Mach mal nen Bämsen hier Weißt du Sollts natürlich auch Bämsen machen So Boom Schöne, dicke, fette Explosion hier Aber auch früher ist das gut, dass hier alles nur auf den Tisch springen Ha Um Items zu kriegen Eindeutig Und mir wurde gesagt, dass es den Äh, was? Äh Ja Oh Gott, das will nicht du schon wieder Du Arsch Und dann schleicht er sich auch noch so an Das glaub ich ja nicht ausgerechnet der Den ich ja so ganz besonders lieb hab Diesen Arsch So Oh, jetzt aber viel Shield Ja Was mir jetzt nicht mehr viel bringt Weil der mir das vorhin da in eine Säcke geschossen hat Was er gerammt hat Whatever Äh, ja Aber kein Comment So Wir haben ne Frack Missile bekommen Vielleicht hätte ich die den in den Arsch drücken sollen Wer weiß Vielleicht hätte ich das tun sollen Ich weiß das nicht Äh Na Ach komm Lass dich erwischen Lass dich erwischen Äh Schmuhel Ich mag die Dinger nicht so sonderlich, weil die so viel So viel explodieren Die bringt's bestimmt Na Die bringt's halt echt Na Wenn der Laser zu breit ist, muss was Kugeliges her Ja So Das hört sich irgendwie falsch an Aber egal Irgendwie schon So So Okay Perfekt Äh Ja So Jetzt haben wir hier alles in die Luft gesprengt Oder ist hier immer noch was offen Ne Ist hier immer noch was offen Achso So So verlängern sie also die Spielzeit Indem wir hier schön viel in die Luft jagen können Ja Ja Ich hab das Spiel durchschaut Schön lang gelevelt Durch Beschäftigungstherapien mit explosiven Geschichten Ja Gut Die explosiven Geschichten haben wir jetzt alle gekillt Dann können wir hier mal einen ganz explosiven Speicherstand anlegen So ganz explosiv So Jetzt haben wir mal ganz explosiven Speicherstand angelegt So Der Der sich jetzt ganz doll auf meine Festplatte explodiert hat Ähm Ja Lassen wir das Was haben wir hier Nix Also nix halt Okay Und mit Raketen können wir Scheiben springen wurde mir gesagt Hm Warum muss ich hier für Raketen einwenden äh anwenden Das ist wieder so ne Früher hat ein Stein gereicht Und hier Und hier Und hier Im Weltraum brauchst du dafür Raketen Hm Hm Ist auch alles nicht mehr das was es mal war So Ach du Scheiße Oh Gott oh Gott Bist Bist Bestehst du gerne in Flammen Oha Ja Röste 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 Der Flammenwerfer ja im Prinzip Der Flammenwerfer ja im Prinzip Das war ja eigentlich bei den ersten Teilen tatsächlich Helix und Spread Er ist ja nicht mehr ansatzweise Helix und Spread ebenwürdig hier Scheißding Ich sag ja Bisher gibt es in diesem Spiel nur Schrottwaffen Na Das bestätigt das alles Und Und wir haben keine Auto Map mehr Weil Also Die ist halt nur Aber Äh Wir haben ja was Ziesuchen Das Das hab ich aber auch Mäh Ach das Ziesuchende ist schon gestorben Nein Irgendwie noch nicht so ganz Da erlebt irgendwas noch Ah ne du bist aber nicht ziesuchend Also das Ach der neue Gegner ist da glaube ich gekommen Das mag natürlich sein Ah das Spiel stürzt nicht mehr ab Also dort bin ich dem Spiel ja wirklich sehr sehr dankbar für Dieses Das Ah da ist der neue Gegner Das neue Gegner Lee Das neue Gegner Lee hat Raketen Lees Die Ziesuchen sind Hier rum Dings Äh Ist das Hab dein Spaß Jo Den Guidebot hat es gleich mit erwischt wie es scheint Gut äh das Das ist sinnlos Okay dann müssen wir den anders besiegen So So Einmal kurz geladen Hm Ja das ist glaube ich gleich eine dicke fette Explosion hier Nein noch nicht Ja komm hoch Komm mal hoch Trau dich ich bin hier ich warte auf dich Guck mal ich bin jetzt hier und warte auf dich extra und möchte dir eine Explosion schenken Ich bin so lieb Bäh Bäh Ne der war jetzt nicht gemeint Ach der Gegner ist doch hässlich Das wird ja ganz mal ganz hässlich geröstet hier Ja Das muss ihm doch weh getan haben Also mal ehrlich Du brennst übrigens ne Wollte ich dir nur mal so mitteilen dass du brennst Also Oh ja komm 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 Ja mal sterb der auch mal Ne mit meinen Gimmelwaffen natürlich nicht ne Na gut jetzt Das scheint wohl so ein roter Hulk Ersatz zu sein Stiere drin Sowas schießt er jetzt schon wieder Hm Tchuu Ich hab 10 Liter Napern gefunden Boah Ich werd hier scharf beschossen Ja Ah Ah Das ist dein Tod Dein Ende Dein Verderben Das hättest du nicht tun dürfen Jetzt lebst du nicht mehr So vielleicht hätte ich ja für den Gegner das Kloakengerät einsetzen sollen Das wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen Ja Ja Wir machen natürlich die komplizierte Methode ist ja ganz klar Äh Ich wollte eigentlich mal nachgucken ob wir jetzt hier hinten und so überhaupt alles haben Hier sind so viele Wege Was ich mich gar keinen für einen entscheiden kann Gut also hier scheint nur Energy Center zu sein Warum sind hier so viele Energy Center Überhaupt ist in dem Spiel sehr viel Energy Das muss man wirklich mal sagen So Energy Problem wird es so schnell nicht geben Gut speichern wir nochmal Und da da Oh es ist echt so gut dass das Spiel nicht mehr abstützt So gut Und dadurch macht das Spiel echt mal wieder Bock So So Was haben wir denn hier noch Oh ich hab hier keine Ahnung mehr Also hier war ich gekommen Nein hier war ich nicht gekommen Hier 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 oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Ah der behagelt mich Nein nein Du behagelst mich nicht mehr ich lad mal eben kurz Und dann denke ich sollten wir erstmal eine Sache zu Ende fahren Bevor wir die nächste machen So So Oh es ist Ja die Hummings sind ja auch voll ne Die sind voll und blau Und beides ist stimmt ne Die sind voll Und blau Äh ja Ach deswegen verfehlen die auch ihr Ziel immer Ja gut Das ist es das hat Ihr seht es Das hat alles einen Zusammenhang Das ist alles äh ja Ein bindender Zusammenhang So Äh ja so Oh Das haben wir nicht noch schönes Oh Ausgehend darf man dass da so viel Zeug ist müssen wir denn noch hin Was ist das da unten Was ist das da unten Ein Panzer der Zukunft oder was Hm Man kann durch Scheiben schießen heißt das Nein ich probiere das jetzt nicht aus Meine Raketen sind bitte kostbar dafür Ich habe aber auch hier unten ja auch noch zu tun ne Ja Ja Das hast du aber nicht gut überlebt Freund Schrien So Oh Okidoki Was haben wir denn noch schönes Ich habe das Gefühl dass hier aber der eigentliche weiter vorankommen wie ich es hier Ich weiß das nicht so recht ne Ich bin so verwehrt hier weil ich jetzt hier tausend Gänge habe und ich weiß was ich nicht nehmen soll Oh Gott das ist auch kaum Munition drin ne Ach der ist schon wieder Ja der braucht Flammen Bäh Diese Gammelwaffen ne die machen die einfach keinen Schaden machen ne Ja Stirb doch einfach mal Willst du hin Sonst abhauen Sonst verrick gehen Na also So Nehmen wir das ganze Zeug hier mit So Ja ich glaube ich Aua Was ist hier los he Na ich glaube ich müsste auch mal Raketen einsetzen aber Ich war ja schon bei den vorigen Teilen immer so recht sparsam mit den Dingern ne Warum bist du jetzt rot Achso deswegen Weil ich jetzt tot bin weil da schon wieder ein Vieh kommt Also hier unten ist nicht gut Kirschen essen das merke ich schon Ne da unten ist wirklich nicht gut Kirschen essen da müssen wir erstmal woanders hin glaube ich Das ist ja nicht so da ich glaube ich werde jetzt erstmal dahin gehen wo die Musik sich ändert Vielleicht ist da ja sanft da Wirds bestimmt sein ne Garantiert das Wetter bestimmt da wird überhaupt nichts los sein bestimmt Wo waren das noch Ne Also hier was ist da Ah hier ändert die Musik Dann werde ich das mal kurz hier speichern Okay Okay Aber warum ändert sich hier die Musik hier waren wir doch schon oder nicht ich kann das auch wemsen ich glaube ich darauf achten dass die rot sind sagt er mir glaube ich warum sehe ich denn das ich hab das nur bei dem einen gesehen aber bei euch noch nicht ich bin wieder fast tot das ist das problem ich bin tot okay bis gleich ach warum hasst ihr mich denn alle so was habe ich euch denn böses getan dass ihr mich so hasst na ich vergesse mit diesen einer ich lade noch mal das wird den raum erstmal raum sein was haben wir hier noch um gott ich glaube vielleicht kann man hier besser kämpfen falls da was kommt was haben wir was ist denn das hier überhaupt ein scheiß hier wo weshalb bin ich jetzt hierher geflogen warum gibt es dich raum ich habe das gefühl dich gibt es weil weil ich bin einfach mal da raum aber was haben wir hier oben ach der ausgang vorher damals waren jetzt kommen auch langsam endlich mal wieder erinnerungen rein ja mensch aber warum sind da jetzt neue gegner aufgetaucht da unten so ja gut dann kommt da jetzt ja endlich mal wieder orientierung rein in das geschehen hier ey die war sowas von weg ich will ne bessere waffe die zaubern alle nix ich hab nur schrott hier ey nur Müll ach wir haben noch Guideds ne ja gut das ist das einzig gute was ich in meinem Schiff hab Freck ist auf Concussion Slot hm was sind das für Dinge was machen die denn überhaupt Aua 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 ja dann beweist euch mal hier wiss war die Rakete so gut oder der Gegner so schwach hm Fragen immer Fragen ich weiß es nicht sie hat auf jeden Fall gewirkt so hm und ich denke nur das zählt erstmal so hm oh da ist ein Marker noch von ach ach das war der Spawner hier ich denke nicht dass ich hier sein will äh so deswegen ich glaube ja gar nicht mal so recht dass ich hier sein will aber kommen da überhaupt neue Gegner raus ich glaub nicht ne vielleicht können wir die ja noch metzeln hier ja ich kann nur ja jetzt bin ich natürlich wieder gestorben das ist natürlich jetzt nicht so günstig so aber ich frag mich grad ob wir die noch sprengen können ob wir die sprengen können wenn wir die sprengen können explodiert da wo du mir nicht gefährlich wirst so so das wird muss doch endlich mal der Fall sein Die haben mir aber jetzt gut was gebracht, ne? Ich würde das mal hier speichern auf die 8 so Ich frage mich, ob da neue kommt Da kommen nämlich keine neuen, wie es scheint Denn es ist glaube ich nur noch der da Hä? Was ist da hinten? Kenn ich das schon? Moment Äh Guardian Was ist denn das schon wieder? Na whatever, nimm es erstmal mit War auf jeden Fall sinnvoll hier nochmal herzufliegen Wie es scheint Ähm Das hatte ich ja offensichtlich nicht mitgenommen So Das hatte ich aber, oder? Ja Das hatte ich und Naja, die hatte ich ja Ja, genau Ich hoffe, da sind nicht schon wieder Gegner aufgetaucht Ist mir vielleicht Oh, ich höre es schon wieder Aber es ist glaube ich nur der eine Wo ist denn der eine? Ah Der ist nicht so gesund Der ist gar nicht gesund Oh, der ist aber gestorben Oh, der ist spendabel Der, ach, der wollte mir nur was schenken Achso Ja gut Das ist natürlich lieb von ihm So, was haben wir hier noch? Hier haben wir nichts mehr Nur diesen hässlichen Guideboard Ähm, ja Hier hatten wir auch Da, aber Ich vermisse da noch so einen Einen Gegner vermisse ich da noch auf alle Fälle Wo ist denn der hin? Dieser Kleine Wo ist denn der Kleine hin? Ich kann mich nicht erinnern, den getötet zu haben Wo ist denn der jetzt? Äh Da So Wo ist der Gegner jetzt? Den Ich meine nicht, den getötet zu haben Das 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 wüsste ich Ist der vielleicht hier reingeflogen? Ne Auch nicht so wirklich, ne Wo ist der Kleine? Der Kleine ist weg Das beunruhigt mich jetzt schon ein bisschen Na gut Er will offensichtlich nicht sterben Gut, dann haben wir den Bereich Ja Was für ein Tier war auch nichts mehr, ne Gut Also dann war das Ah, da ist er ja Er will also doch noch sterben Er tut's nur nicht Na gut, er hat ordentlich viel Schaden gemacht So Und speichern Ähm Ja, dann haben wir ja wieder Orientierung drin Dann geht's nur noch an einer Stelle weiter Ja, es ist ja super, dass wir die jetzt wieder haben Die Orientierung Sehr schön Gut Dann geht's ja nur noch da hinten weiter Oder ging's hier auch noch weiter Das weiß ich grad gar nicht Ne, da war nur Energy Center Gut Gut, okay Was war hier noch? Gut 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 Dann ist es also noch die eine Stelle Wo es weiter geht Das sollte ich geklärt haben So Okay Also nur noch hier Dann speichern wir hier nochmal Ja Und dann würde ich sagen Beende ich den Part erstmal für dieses Mal Und dann gucken wir uns das nächste Mal an Was da unten noch so los ist Bis dann Bye Bye Bye